Nun, es ist heute ein Tag nach dem anderen und es ist traurig, weil YouTube mir eine E-Mail geschickt hat. Ich weiß nicht, warum mein Kanal immer noch hier ist, aber das haben sie mir geschickt. Wir haben ihre Inhalte überprüft und schwere oder wiederholte Verstöße gegen unsere Community-Richtlinien festgestellt. Aus diesem Grund haben wir ihren Kanal von YouTube entfernt. Ich weiß es nicht. Immer noch hier. Ich werde dagegen ankämpfen, so gut ich kann, aber was kann ich tun? Könnte nicht gewinnen. Wir wissen, dass dies wahrscheinlich eine sehr beunruhigende Nachricht ist, aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass YouTube ein sicherer Ort für alle ist. Wenn wir der Meinung sind, dass der Kanal schwerwiegend gegen unsere Richtlinien verstößt, entfernen wir ihn, um andere Benutzer auf der Plattform zu schützen. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben, können Sie gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Weitere Informationen zu der betreffenden Richtlinie und zur Einlegung eines Einspruchs finden Sie weiter unten. Das sagt unsere Richtlinie. Spam, Betrug oder kommerziell irreführende Inhalte sind auf YouTube nicht erlaubt. Ist es? Ich weiß also nicht, ob dieses Video veröffentlicht wird. Wenn es großartig ist, wissen Sie, dass mein Kanal führen wird. Ich bin auf Rumble verfügbar. Wenn Sie zu Rumble gehen, können Sie sich dort anmelden. Das machst du jetzt. Ich würde es wirklich schätzen. Denn wissen Sie, dieser Kanal könnte ausfallen, oder? Und das ist einfach so. Wissen Sie, YouTube, Google, Sie haben jedes Recht, Ihre Systeme zu kuratieren. Es ist Ihre Software. Es ist Ihre Plattform. Und Sie können es so kontrollieren, wie Sie wollen und wie Sie es sehen. Und ja, es ist dieser Tag. Und weißt du was? Ich muss um 5 Uhr morgens bleiben, egal was passiert. Denn weißt du was? Wir sind im Kryptobereich. Und Krypto wird weiterhin stark steigen. Bitcoin wird weiter steigen. Der ganze Lärm von YouTube und Google oder jeder anderen Plattform, die versucht, Menschen zu zensieren. Ja, wen interessiert das? Wir kümmern uns darum. Wir werden einen Weg finden. Wir werden ihn durchstehen und wir werden den April-Scherz überstehen. Ja, nur ein Scherz. Mein Kanal wird nicht gelöscht. Ich fand es gut. Ich hoffe, Ihnen hat dieser April-Scherz gefallen. Aber wie auch immer, wir werden über die Neuigkeiten sprechen und auch etwas TA für heute besprechen. Schauen Sie sich den Film also unbedingt bis zum Ende an. Klicken Sie auf den Like-Button, wenn Sie das möchten. Ich weiß, dass ich an diesem April-Scherz ein paar Leute in der Live-Show hatte. Und wenn Sie das live verfolgen, können Sie auch einige Fragen hinterlassen. Wenn Sie das live sehen möchten, können Sie hier vorbeischauen. Davinzai 5dn.com und abonnieren Sie dort und Sie können diese Show live sehen. Okay. Nun, das heißt, ähm, wissen Sie, ich werde in der Blockchain sein. Ähm, und ich bekomme eine Auszeichnung. Also, naja, ich bekomme keine Auszeichnung. Ich bin tatsächlich für Auszeichnungen nominiert. Wenn ihr mich also wählt, werde ich ausgezeichnet, aber die Konkurrenz da draußen ist ziemlich hart. Also, stimmen Sie ab, oder? Hoffentlich könnt ihr mich dann positiv bewerten. Ich würde es wirklich schätzen. In Ordnung. Nachdem dies gesagt ist, kommen wir zu der ersten Nachricht von heute. Crypto-Miner in Pennsylvania. Ihm droht eine Klage wegen Umweltverschmutzung durch Bitcoin-Mining. Okay. Rechts. Eine Umweltgruppe hat am Dienstag Stronghold Digital Mining Inc. verklagt und behauptet, dass das Unternehmen eine Bitcoin-Mine im Norden von Pennsylvania betreibt. Das Abfallkohle und Altreifen zur Energiegewinnung verbrennt, verschmutzt umliegende Gemeinden mit gefährlichen Chemikalien. Die Klage von Safe Carbon County, die vor einem Staatsgericht in Pennsylvania eingereicht wurde, nannte Pennsylvania ebenfalls als Beklagten. Okay. Eine gemeinnützige Organisation, deren Mitglieder in der Nähe der Bitcoin-Mine wohnen, verlangt vom Unternehmen Schadensersatz und Strafschadenersatz. Und eine Anordnung, die den Staat anweist, die weitere Verschmutzung nicht mehr zuzulassen. Ich weiß nicht, ob sie die Umwelt verschmutzen, ob sie wirklich die Wasserstraßen und alles verschmutzen. Dann müssen sie aufhören. Aber das bezweifle ich stark. Ich muss mal nachschauen. Wir müssten uns doch ganz genau mit einem Mikroskop anschauen, oder? Die Gruppe sagte, dass Stronghold durch die Freisetzung von Quecksilber in die Wasserstraßen ein öffentliches und privates Ärgernis geschaffen habe. Wow! Und das Ausstoßen schädlicher Chemikalien wie Schwefeldioxid in die Luft aus dem veralteten Kraftwerk, das es gekauft hat, um seine energiehungrigen Betriebe anzutreiben. Hm. Nun, wir kennen die Details nicht, aber wir müssen das untersuchen. Der Staat hat Genehmigungen erteilt, die die Verschmutzung erlauben und die Kryptomine durch Steueranreize subventioniert, obwohl die Landesverfassung eine positive Verpflichtung zu einer Pflicht vorsieht. Schützen Sie die Umwelt für die Bürger, heißt es in der Klage. Ja. Nun, wissen Sie, es sieht so aus, als würden Sie auch den Staat nennen. Das mag also einigermaßen gültig sein, denn es würde mich doch nicht wundern, wenn die Bundesstaaten und Landkreise Probleme mit dem Geld haben, oder? Und Ihnen geht das Geld aus, mit der wachsenden Verschuldung, nicht wahr? Sie müssen rausgehen und immer mehr Schulden aufnehmen. Wie dem auch sei, eine starke Spurksperson hat diese Aussage so gemacht. Die Betriebe reinigen tatsächlich Land und Wasser in der Region, indem sie Abfallkohle verwenden, die bei der historischen Kohleproduktion in der Region zurückbleibt. Okay. Stronghold-Anlagen haben Millionen Tonnen Abfallkohle gereinigt und einst verdorbenes Land urbar gemacht. Jetzt gibt es Sportplätze, Parks und Angelplätze für die lokale Gemeinschaft. Schwer zu sagen, oder? Das Ministerium für Umwelt und Schutz von Pennsylvania lehnte eine Stellungnahme ab. Okay, beim Kryptowährungsmining werden oft große Mengen Strom für die Rechenleistung und Kühlung von Rechenzentren verbraucht. Okay, ich meine, es gibt viele Rechenzentren und sie verbrauchen Wheelstrom, die komplexe mathematische Operationen und Gleichungen bilden, um sichere Kryptowährungen wie Bitcoin zu sichern. Es ist interessant. Ich würde gerne wissen, ob dies der BS-Artikel ist oder nicht. Hinterlassen Sie die Kommentare im Kommentarbereich unten oder recherchieren Sie dazu und finden Sie heraus, ob diese Kerle wirklich die Umwelt verschmutzen. Denn das könnte doch sein, oder? Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, so oder so. Aber es würde mich doch interessieren, oder? Ähm, denn dann, wissen Sie, ich meine, Sie müssen es doch nicht, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten, Energie zu nutzen, nützliche und intelligente Wege zu finden. Nein, um günstig an Energie zu kommen. Also ja, BlackRock sagt, dass die Bitcoin-Renditen wahrscheinlich sinken werden, nachdem es von der Wall Street angenommen wurde. Ja, ja, ja. Sie sagen also, dass Bitcoin nicht stark steigen wird, weil die Leute mit dem meisten Geld jetzt kaufen. Verdammt. Ist dies das Ende des vierjährigen Bären-, Bullen- und Bärenzyklus von Bitcoin? Oh Mann. Okay. Ja. Der Bären- und Bullenzyklus wird allmählich nachlassen. Ich stimme zu. Aber dies ist der erste Zyklus, in dem jeder an der Wall Street Bitcoin kaufen kann. Jeder kann auf den ETF klicken. Rechts. Alle. Kann das jetzt machen. Ich weiß nicht, ob der ETF tatsächlich Bitcoin kaufen wird, aber das ist eine Möglichkeit. Und so spielt es keine Rolle, ob Sie alle den ETF kaufen und über die Zahlen, die Sie haben, lügen. Oder ob Sie die Wahrheit über die Zahlen sagen und sagen, dass sie über 21 Millionen sein müssen. Es spielt keine Rolle. Die Bitcoin-Preise werden steigen. Okay? Und Sie werden in diesen vier Jahreszyklen steigen. Bis es näher an der Zeit ist, in der wir Bitcoin als Geld verwenden. Und das ist dann im Grunde das ganze Set und die ganze Menge. Wenn wir also etwa 10% der Bevölkerung haben, sind das doch nur 10%, oder? Dann sprechen Sie mit mir über das Ende des Bullen- und Bärenzyklus. Denn das, meine ich, gehen wir hier auf die wichtigsten Punkte ein. Eine Tendenz zum institutionellen Eigentum. Könnte zu etwas noch Größerem führen. Durch den Besitz von Bitcoin durch souveräne Nationen könnten weitere Länder El Salvador folgen und einen Wettlauf um die Anhäufung von Kryptowährungen starten, was möglicherweise einen globalen Superzyklus für die Mainstream-Akzeptanz auslöst. Ja, diese Änderung könnte auch zu einer Abkehr von den intensiven Boom- und Bust-Zyklen führen, die traditionell mit Kryptowährungsmärkten verbunden sind. Und gleichzeitig ein stabileres Umfeld für Wachstum und Entwicklung innerhalb des Sektors zu schaffen. Ja, also lassen Sie mich das klarstellen. Länder werden kaufen, Institutionen werden kaufen, das heißt, der Preis wird stabil bleiben. Das ist doch das, was Sie hier sagen, oder? Ja. Oh Mann. Wow. Wussten Sie? Wussten Sie, dass es davon nur 21 Millionen gibt und Sie nicht mehr machen können? Wussten Sie das? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Leute dieses Konzept verstehen, weil Preisstabilität richtig, normalerweise auftritt. Weil Sie eigentlich so sind. Weil wir bei den meisten Vermögenswerten, die wir haben, tatsächlich das Angebot erweitern könnten. Nun, bei diesem Vermögenswert ist das nicht möglich. Wenn der Preis steigt, können Sie das Angebot nicht erweitern. Sie müssen jemanden finden, der bereit ist, es Ihnen zu verkaufen. Nein, so funktioniert das. Und so wird dies effektiv zu einer enormen Preisexplosion führen. Das wird passieren. Und eine Menge Preisvolatilität, die wir noch nicht gesehen haben, weil wir einen Vermögenswert wie diesen noch nie zuvor gesehen haben. Verstanden? Okay, ich bin froh, dass du das hast. Jetzt gehen wir zum TA. Und wenn Sie interessiert sind, schauen wir uns an, was in den Shards zu tun ist. Oh Mann, fangen wir natürlich mit Bitcoin an. Oh Mann, Bitcoin, bitte geh zum Mond. Hören Sie jetzt auf. Sidewards zu Gehörn. In Ordnung. Hören Sie auf, der Stablecoin zu sein. In Ordnung. Wie auch immer, wir befinden uns im Moment in einem S und sind hier in diesem Bereich gefangen. Und wir mögen es einfach, jedes Mal, wenn wir oben ankommen, schauen wir uns das an. Hier sind wir ganz oben angekommen. Wir scheitern, 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 scheitern. Rechts. Und die Frage ist, richtig. Auch wir sind am Boden angelangt und scheitern auch. Scheitern? Und wo werden wir hier oben auch scheitern? Wir konnten also tatsächlich einen Ausbruch von Bitcoin aus dieser Bewegung beobachten. Wir können also von hier aus abspringen und dann zurückkommen und erneut testen. Und ob wir das tun werden, glaube ich nicht. Ich denke, wir werden wahrscheinlich früher oder später ausbrechen. Oder wir können natürlich einfach zusammenbrechen, oder? Und das wahrscheinlichste Ziel ist, wissen Sie, das wahrscheinlichste Ziel, wenn wir tatsächlich durchbrechen, ist die 64.000 Dollar Marke. Aber am Ende könnten wir uns hier erholen. Ich müsste also prüfen, ob bei diesem Preis um die 67.000 Dollar Marke diese Kerze hier wieder aufgefüllt wird und wir dann nach oben springen. Das ist also auch eine Möglichkeit. Und so werden wir abwarten und sehen. Sehen Sie, wie viel Bitcoin kaputt geht. Ich denke, wir werden höher durchbrechen, aber wir könnten am Ende auch zusammenbrechen. Und darauf müssen Sie wetten. Ich bin bereit, meine Wette auf einen Ausbruch zu platzieren. Und ich könnte den Verlust stoppen. Wenn Sie also Ihre Wetten platzieren, wo ist Ihr Ausbruchsbereich und Ihr Stop-Loss? Sobald wir also ausgebrochen sind, möchten wir im Grunde wissen, wo Sie Ihre Stop-Losses platzieren werden. Wenn wir lange gehen. Und ich denke, dass Ihr Stop-Loss leider ungefähr hier liegen muss. Das sind 68.981. Wenn man also darunter fällt, kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, das ist alles, wir sind fertig. Und bei einer Pause darüber können Sie etwas tiefer bleiben. Ich sollte vielleicht den Kerzenkörper sagen, den Kerzenkörper in der Nähe. Oh ja, hier in der Nähe müsste man sagen, ein Kerzenkörper, aber eine Pause. Jede Art von Durchbruch oberhalb des Bereichs von 71, schätze ich, 77.500, 77.600. Man kann sagen, okay, ja, es ist Zeit, Zeit zu gehen. Das können wir also, wenn wir das durchbrechen. Ich glaube, das ist das Start-Signal. Und ich denke, wir können es schaffen, aber leider liegt das erste Stop-Ziel bei etwa 4.000, 4.000, 7.000. Aber ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch weiter durchbrechen und von dort aus bis auf 77.000 gehen. Also. Aber ja, wir müssen einfach abwarten und sehen, was Bitcoin macht. Weiter geht es mit Ethereum. Ethereum ist so ziemlich dasselbe, oder? Nur etwas weniger klar. Sie können sehen, dass es höhere Tiefststände gibt. Und wenn wir natürlich über die 36,75 Marke brechen können, dann ist es an der Zeit. Und wenn wir scheitern, wird das leider lange dauern. Sie müssen nicht unter 4.3989 fallen. Und dann ist es. Gute Nacht, Schatz. Zeit zu gehen. Und damit ist es für eine Weile vorbei. Sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum. Und ich meine, es ist nicht so schlimm. Ich meine, es ist nur bis, nur bis. Für Ethereum liegt das Ziel wahrscheinlich im Bereich von etwa 32. Dann können wir einige Renditen sehen. Aber ich glaube nicht, dass Ethereum hier vollständig zusammenbrechen wird. Ich denke, wir werden es sehen. Auch eine Rakete, die näher an die 4.000-Dollar-Marke heran. Also ja, ich denke, dahin geht es. Shiba. Nun ja. Shiba Inu. Warum bist du nicht Shiba? Ja. Shiba sollte nur pumpen. Dies deutet darauf hin, dass dieser Bruch dieser Trendlinie darauf hindeutet, dass wir die unteren Niveaus erneut testen werden. Welche niedrigeren Stufen sind das? Nun, wenn wir das Fibonacci-Retracement durchführen, können Sie sehen, dass 61,8 das wahrscheinliche Ziel ist. Und so habe ich gesagt, dass wir uns auf den etwa 27 Meter großen Bereich konzentrieren würden. Und hier möchten Sie ein Käufer sein, wenn es doch mal kaputt geht. Das ist es also, was Sie tun werden. In Ordnung. Nun, ich danke Ihnen allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese April-Scherz-Show am 1. April gefallen. Und wir werden morgen eine weitere Show machen. Und ich freue mich darauf, euch zu sehen. Tschüss, Frieden.